Für wackelfreie Aufnahmen haben wir ein Schulterstativ. Die Frage für den Tag 22 ist folgenden. Wir machen die Kiste auf und holen die Einzelteile des Stativs heraus. Hier haben wir die Einzelteile des Stativs. Wir bauen das System zusammen. Nachdem wir das Schulterstativ zusammengebaut haben, können wir wieder die Platte an die Kamera montieren und in die vorgesehene Schiene schieben. Auf die Schulter und los geht es mit dem Filmen und Bildermachen. Auch können wir auf die Kamera Licht, Blitz oder Mikrofon montieren. Das war unser Schulterstativ vom Tag 22. Bis morgen und zum nächsten Tücherchen.